Wir aber, die wir stark sind, sollen der schwachen Gebrechlichkeit tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Es stelle sich ein jeglicher unter uns also, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten, zur Besserung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selber gefallen, sondern wie geschrieben steht, Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Was aber zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, auf das wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einerlei gesinnt seid untereinander nach Jesu Christo, auf das ihr einmütig mit einem Munde lobet Gott und den Vater unseres Herrn Jesu Christi. Darum nehmt euch untereinander auf, gleich wie euch Christus hat aufgenommen zu Gottes Lobe. Ich sage aber, dass Jesus Christus sei ein Diener gewesen der Juden, um der Wahrhaftigkeit willen Gottes, zu bestätigen die Verheißungen, den Vätern geschehen, dass die Heiden aber Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Und abermals spricht er, Freut euch, ihr Heiden mit seinem Volk. Und abermals, Lobet den Herrn alle Heiden und preiset ihn alle Völker. Und abermals spricht Jesaja, Es wird sein die Wurzel Jesses, und der auferstehen wird, zu herrschen über die Heiden. Auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott aber der Hoffnung, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habe durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich weiß aber gar wohl von euch, liebe Brüder, dass ihr selber Vollgütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, dass ihr euch untereinander könnt ermahnen. Ich habe es aber dennoch gewagt, und euch etwas wollen schreiben, liebe Brüder, euch zu erinnern, um der Gnade willen, die mir von Gott gegeben ist, dass ich soll sein, ein Diener Christi unter den Heiden, priesterlich zu warten des Evangeliums Gottes, auf das die Heiden ein Opfer werden, Gott angenehm, geheiligt durch den Heiligen Geist. Darum kann ich mich rühmen in Jesu Christo, dass ich Gott diene. Denn ich wollte nicht wagen, etwas zu reden, wo dasselbe Christus nicht durch mich wirkte, die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, durch Kraft der Zeichen und Wunder und durch Kraft des Geistes Gottes, also dass ich von Jerusalem an und umher bis Illyrien alles mit dem Evangelium Christi erfüllt habe. Und mich sonderlich geflissen, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name nicht bekannt war, auf das ich nicht auf einen fremden Grund baute, sondern wie geschrieben steht. Welchen nicht ist von ihm verkündigt, die sollen es sehen, und welche nicht gehört haben, sollen es verstehen. Das ist auch die Ursache, warum ich vielmal verhindert worden, zu euch zu kommen. Nun ich aber nicht mehr Raum habe in diesen Ländern, habe aber verlangt, zu euch zu kommen von vielen Jahren her, so will ich zu euch kommen, wenn ich reisen werde nach Spanien. Denn ich hoffe, dass ich dadurch reisen und euch sehen werde und von euch dorthin geleitet werden möge, so doch, dass ich zuvor mich ein wenig an euch ergötze. Nun aber fahre ich hin, gen Jerusalem, den Heiligen zu Dienst. Denn die aus Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Steuer zusammengelegt, den armen Heiligen zu Jerusalem. Sie haben es willig getan und sind auch ihre Schuldner. Denn so die Heiden sind ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden, ist es billig, dass sie ihn auch in leiblichen Güterndienst beweisen. Wenn ich nun solches ausgerichtet und ihnen diese Frucht versiegelt habe, will ich durch euch nach Spanien ziehen. Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, dass ich mit vollem Segen des Evangeliums Christi kommen werde. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir helft, kämpfen mit Beten für mich zu Gott, auf dass ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, angenehm werde den Heiligen. Auf dass ich mit Freuden zu euch komme durch den Willen Gottes und mich mit euch erquicke. Der Gott aber des Friedens sei mit euch allen. Amen. Ich befehle euch aber, unsere Schwester Pföbe, welche ist im Dienste der Gemeinde zu Kenschreia, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sich ziemt den Heiligen, und tut ihr Beistand in allem Geschäfte, darin sie eurer Bedarf. Denn sie hat auch vielen Beistand getan, auch mir selbst. Grüße die Priskyla und den Aquila, meine Gehilfen in Christu Jesu, welche haben für mein Leben ihren Heiz dargegeben, welchen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Auch grüßet die Gemeinde in ihrem Hause. Grüßet Epinetos, meinen Lieben, welcher ist der Erstling unter denen aus Achaia in Christu. Grüßet Maria, welche viel Mühe und Arbeit mit uns gehabt hat. Grüßet den Andronikus und den Ionias, meine Gefreundeten und meine Mitgefangenen, welche sind berühmte Apostel und vor mir gewesen in Christu. Grüßet Amplias, meinen Lieben in dem Herrn. Grüßet Urban, unseren Gehilfen in Christu, und Stachys, meinen Lieben. Grüßet Appelles, dem Bewährten in Christu. Grüßet, die da sind, von des Aristopoulos Gesinde. Grüßet Herodion, meinen Gefreundeten. Grüßet, die da sind, von des Nazephus Gesinde in dem Herrn. Grüßet die Tryphene und die Tryphosa, welche in dem Herrn gearbeitet haben. Grüßet die Persis, meine Liebe, welche in dem Herrn viel gearbeitet hat. Grüßet Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und seine und meine Mutter. Grüßet Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes und die Brüder bei ihnen. Grüßet Philologes und die Julia, Neroes und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßet euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Ich ermahne aber euch, liebe Brüder, dass ihr achtet auf die, die da Zertrennung und Ärgernis anrichten neben der Lehre, die ihr gelernt habt, und weichet von ihnen. Denn solche dienen nicht dem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem Bauche. Und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die unschuldigen Herzen. Denn euer Gehorsam ist bei jedermann kund geworden. Der halben freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber einfältig zum Bösen. Aber der Gott des Friedens zertrete den Satan unter eure Füße in kurzem. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch. Es grüßen euch Timotheus, mein Gehilfe, und Lucius und Jason und Susi Pater, meine Gefreundeten. Ich, Tertius, grüße euch, der ich diesen Brief geschrieben habe in dem Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Wirt. Es grüßt euch Kraftus, der Stadtkenntmeister, und Quartus, der Bruder. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Amen. Dem aber, der euch stärken kann laut meines Evangeliums und der Predigt von Jesu Christo, durch welche das Geheimnis offenbart ist, das von der Welt her verschwiegen gewesen ist, nun aber offenbart, auch kundgemacht durch der Propheten Schriften, nach Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, demselben Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesum Christum in Ewigkeit. Amen. Jo, jo, jo Gott. Sippt Hustensaft und artikuliert euch wie ich. Sprachfehler sind jetzt im Trend, Dicker. Bereut nichts wie ich. Das ist Bildung. Jo, wir sprechen genauso wie unser Vorbildmusiker XY, Dicker. Wir bereuen nichts. Haltet ein, das Böse ist durch eure Augen und Ohren in euer Inneres eingefallen. Nun ertönt es als allgemeine Bildung aus eurem Mund. Beachtet auch die Weisung aus Exodus, Kapitel 23, Vers 2. Du sollst nicht der Menge folgen zum Bösen. Deshalb werft diese schädlichen Geräte weg. Was ihr gesehen und gehört habt, ist in eure Seele gedrungen. Ihr seid nun ein Abbild des Bildschirmes und wurdet zur neuen heiteren Jugend. Schweigt! Der Bildschirm ist das Maß unserer Norm, unser Vorbild, nach dem wir uns weiterbilden, und unsere höchste Realität. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de